Ab dem 1. Dezember 2018 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Etagenwohnung liegt in Leipzig Zentrum. 2017 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 84 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1.135 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.